Wie funktioniert die perfekte Körpertäuschung? Wie werde ich noch explosiver und gewinne jeden Freikampf? Welche weiteren Täuschungen gibt es im modernen Handball und wie kann ich sie trainieren? In dieser Videoserie beantworten wir dir alle Fragen rund um das Thema Täuschungen im modernen Handball. Von den technischen Grundlagen über die athletischen Voraussetzungen bis hin zu völlig neuen Täuschbewegungen haben wir dir in diesen Videos das geballte Wissen zusammengefasst. Anhand von zahlreichen Best-Practice-Übungen zeigen wir dir alle Tipps und Tricks, wie deine Täuschungen noch überraschender und besser werden. Diese Videoserie bringt Trainer und Spieler auf das nächste Level, um noch torgefährlicher und erfolgreicher zu werden.